Moin Leute, zieht euch das hier rein. Das typische Haus von Oma und Opa, 1970 gebaut, eine alte Öl- oder Gasheizung drin. Was machen wir denn jetzt mit der Heizung? Das ist ein bisschen das, was wir von diesem Abgasskandal her kennen, oder? Ja, genau. Kann ich mir vorstellen, dass in 10, 20 Jahren Fördermittel ausgegeben werden, um Wärmepumpen wieder auszubauen. Heizen verliert an Bedeutung. Wenn Sie da was entsorgen wollen, kommt ein Spezialkommando, da wird ein komplettes Zelt drüber gebaut. Das Video hat 2 Millionen Aufrufe erhalten, es war so mega erfolgreich. Also jetzt die Frage, sind Infrarotheizungen eigentlich eine unterschätzte Technik, weil sie einfach günstig sind und sind Wärmepumpen überschätzt, weil viel zu teuer? Und amortisieren sie sich besonders in neu gedämmten Häusern nicht, weil die Heizung dort einfach nicht mehr so wichtig ist? Eine spannende These. Diese Aussagen und Fragen werden wir heute genauestens beleuchten. Und hierfür hatte ich Hilfe von Physikprofessor Hundhausen, von Dr. Lutz Böhm aus der Thermodynamik, der jetzt auch in meinem Team ist, und auch dem Doktoranden Johannes Brunder, welcher im Bereich Wärmepumpen promoviert und auch eine Vorlesung hält. Und ich habe auch das BMBK gefragt, ob alle Wärmepumpen rausgerissen werden sollen und das ist ja eine interessante Antwort. Also ich habe hier eine ganze Menge aufgefahren, der Aufwand für diese Folge war wirklich enorm. Zudem habe ich aber auch noch ein paar Hintergründe zu Professor Leukefeld, den ich auch hier etwas näher beleuchten möchte. Denn es gibt ein paar erwähnenswerte Hintergründe und nein, es sind nicht nur negative, also keine Sorge. Also alles sehr, sehr spannend, also los geht's. Und da kommt man ungefähr auf 5090 Euro. Wir haben das durchsimuliert mit einer Jahresarbeitszahl von drei. Immer noch ein Delta von 41.000 Euro. Und jetzt schmilzt natürlich der Gesamtenergie, der Kosten, die Ausgabenseite zusammen. Ich finde echt die These total spannend und ich stehe auch mega auf sowas. Aber bei dieser Tabelle... Weiß ich nicht, Digga. Lass uns das halt mal genauer untersuchen. Er sagt ja jetzt im Kern, die Wärmepumpe in einem gut gedämmten Haus braucht man einfach nicht mehr, da sie sehr teuer ist, in der Anschaffung und das sich einfach nicht amortisiert, weil ich ja nur eine kleine Heizung brauche für ein gut gedämmtes Haus. Hier reicht also eine günstige Lösung, wie zum Beispiel eine ER-Heizung. Klingt durchaus plausibel in meinen Augen, aber schau mir genauer hin, denn an der Tabelle stören mich besonders der Preis der Wärmepumpe. Besonders für ein 150 Quadratmeter Haus, KfW 40, also einem sehr gut gedämmten Neubau, habe ich euch einfach gefragt, wie teuer eine Wärmepumpe bei ähnlicher Konfiguration war. Und da kam ein Durchschnitt von der ganzen Community von ca. 30.000 Euro raus, und zwar ohne Förderung. Wie sähe die Tabelle jetzt damit aus? Das seht ihr hier. Also, checken wir die Variante mit 30.000 Euro an Kosten und einer Jahresarbeitszahl von 3. Das ist die Arbeitszahl, die auch Leukefeld hier angesetzt hat. Damit landen wir bei einer Amortisation von 13,5 Jahren. Ist immer noch nicht so dolle, ganz ehrlich, aber schon deutlich besser als das, was da vorher stand. Wenn ich jetzt eine bessere Wärmepumpe hätte, einfach mal so zum Spaß, mit einer Jahresarbeitszahl von 4, wie sähe es denn damit aus? Dann wären es immer noch 10,6 Jahre. Also, das geht zwar schon, ist aber immer noch nicht super, also schon interessant. Aber wie sähe es denn jetzt aus, wenn ich hier z.B. auf Luft-Luft-Wärmepumpen setzen würde, oder wenn man die ER-Panels in ein älteres Haus, wie z.B. bei mir, einsetzen würde, oder eine Luft-Wasserpumpe in einem älteren Haus, oder wie sieht es denn aus mit der Anwendung in einem gut gedämmten Haus plus Luft-Luft-Wärmepumpe? Also, all das sehen wir uns jetzt an. Und dafür habe ich eine Menge Beispiele mitgebracht. Also, legen wir los. Ich werde ja oft auch in so Fernsehtalkshows und so weiter gefragt. Das typische Haus von Oma und Opa, 1970 gebaut, eine alte Öl- oder Gasheizung drin. Was machen wir denn jetzt mit der Heizung? Erster Fakt, ich glaube, die hatten denselben Friseur. Okay, aber jetzt Spaß beiseite. Ich muss zugeben, ich buzzer jetzt nicht immer, wenn ich falsch liege. Ich buzzer einfach gerne. Deswegen, so geht es los. Starten wir mit meinem Beispiel. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier mein Haus. Das sind also echte Daten, die ich gemessen und bezahlt habe. Und da kann ich schon mit Fug und Recht sagen, dass das stimmt. Ein Haus mit 160 Quadratmetern beheizter Fläche von 1976 bei so mittlerer Dämmung und relativ alten Fenstern. Ich habe jetzt hier bei der Tabelle von Leukefeld alles so gelassen, wie es ist. Also Strompreis, die Betriebskosten und so weiter für die Wärmepumpe. Ich habe das einfach alles so gelassen. Ich habe nichts geändert. Und ich habe sogar die Kosten für die IR-Heizung nicht erhöht, obwohl wir hier mehr als einen doppelt so hohen Heizbedarf haben. Also auch da war ich wirklich mehr als fair. Ja, und ich rechne jetzt die ganze Zeit so, damit mir hier keiner vorwerfen kann. Ich will das irgendwie schlecht rechnen oder so. Okay, wir haben einen Heizbedarf von 20.000 Kilowattstunden im Jahr. Und das ist mehr als das Zweifache als bei dem K440-Haus. Ist ja auch sinnvoll, weil K440 halt deutlich besser ist, als bei so einem alten Haus, wie wir das haben. So, würde ich jetzt unser Haus mit IR-Heizung decken, dann hätte ich Stromkosten von 9.600 Euro im Jahr. Also eine Stromrechnung von über 800 Euro pro Monat. Momentan zahle ich, wohlgemerkt mit unserer PV-Anlage, also ist jetzt nicht ganz fair, aber trotzdem mal einfach zum Vergleich, 800 Euro im Jahr. Und das mit Heizung und Warmwasser. Also 800 Euro im Monat wäre für mich jetzt ein echter Killer. Und ich zeige euch gleich auch noch, was ich bezahlt habe und so weiter. Fairerweise möchte ich aber jetzt nochmal ihn zitieren. Also eigentlich hört sich das für mich ja so an, als wäre gerade für diese älteren Immobilien eigentlich technisch die beste Lösung. Man hat eine Gasheizung für die kalten Tage und dann solche Infrarot-Panels für die Übergangszeiten, die ja relativ lange sind. Trotzdem bei den hohen Preisen, also die ihr jetzt da oben gesehen habt, ich sage da mal... Hm, weiß ich nicht, Digga. Okay, wie sieht jetzt unser Haus von 1976 mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe aus? So, und ich habe da ein Angebot für unser Haus vorliegen und da es relativ groß und schlecht gedämmt ist, wie gesagt, müsste die Heizung auch relativ groß sein. Und es würden Umbauten an den Heizkörpern bzw. eine Fußbodenheizung anstehen. Und das Angebot, was wir hatten, das lag bei ungefähr 45.000 Euro ohne Förderung mit allen Umbauten. Wie gesagt, die 30.000 Euro passen halt nicht, ich habe die Gründe eben genannt. Die Jahresarbeitszahl habe ich wie bei Leukefeld mit 3 angenommen. Die Netzbezugskosten würden sich damit halbieren und die Anlage würden sich gegenüber der Infrarotheizung nach bereits 4,5 Jahren amortisiert haben. Also das sieht hier jetzt mal ganz anders aus. So, und zu guter Letzt natürlich noch das System, was ich hier wirklich verwende, und zwar die Luft-Luft-Wärmepumpe, also Klimaanlagen plus Brauchwasser-Wärmepumpe. Ich selbst habe nur 10.000 Euro für die Geräte und Installation bezahlt, aber mit sehr viel eigener Arbeit und auch ein paar Bekannten. Das ist natürlich nicht ganz fair, da das nicht jeder machen kann. Deswegen habe ich den Preis hier einfach mal verdoppelt. Und für die Luft-Luft-Wärmepumpen gäbe es eigentlich auch noch eine Förderung. Also doppelter Preis plus keine Förderung. Deswegen, also ich habe das alles nicht mit einbezogen, finde das ist schon relativ fair gerechnet jetzt. Also nur, dass ihr es wisst. Und wie gesagt, ich habe auch die Infrarotheizung nicht erhöht, obwohl wir hier eigentlich mehr brauchen würden, als das, was Leukefeld angegeben hat, durch unseren höheren Heizbedarf. Okay, aber alles egal, wir sind fair. Also oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr als das. Mit unserem aktuellen Verbrauch, den ich real gemessen habe, komme ich auf Netzbezugskosten von 3.600 Euro. Und das würde einer Jahresarbeitszahl von circa 4 entsprechen. Und die stimmt jetzt aber nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Und warum? Dieses schnelle Regeln spart natürlich auch Energie. Richtig. Bei uns waren das schätzungsweise sogar 30 Prozent. Nur weil sich unser Heizverhalten verändert hat. Durch die punktuelle und schnell reagierende Heizung heizen wir auch punktueller. Und das war jetzt nicht irgendwie, dass wir das aus Sparsamkeitsgründen gemacht haben. Das kam einfach relativ automatisch. Ich sage es einfach nur, weil es interessant war. Und ich fand hier da wirklich auch absolut recht. Fand ich auch spannend den Punkt. Und wie dem auch sei, die Amortisationszeit gegenüber der Infrarotlösung liegt halt bei einem Jahr in dem Fall. Also das ist dann nochmal, finde ich nochmal eine Ecke krasser. So und falls es dich interessiert, wie ich persönlich das genau gemacht habe, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Denn ich werde mein aktuelles System bald nochmal vorstellen. Und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten nochmal richtig fett abgegradet und viel verändert. Ich lebe das halt total und zeige euch alles, was spannend ist. Also nicht vergessen, dann seht das. Wir sehen also den Wandel ganz stark. Heizen verliert an Bedeutung. Im Neubau am meisten, aber auch zeitversetzt im Altbau, weil die Winter eben milder werden. Leukefeld sagt ja, Heizen wird unwichtiger, weil die Dämmung besser wird. Und durch den Klimawandel wird es durchschnittlich wärmer und so weiter. Und ich finde die Auswahl sogar okay. Also warum der Buzzer? Weil es dennoch nicht scheißegal ist, welche Heizung du nimmst. Dafür habe ich mir jetzt Physikprofessor Hundhausen eingeladen. Und Martin, du hast ja ein Passivhaus und du heizt dein Haus mit einer Klimaanlage. Kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert? Das ist richtig. Ein Passivhaus hat einen relativ niedrigen Energiebedarf, gut gedämmte Wände und geringe Verluste. Und dadurch reicht es tatsächlich, wenn man einen einzelnen Raum, den größten Raum hier unten, Wohnzimmer, Küchenbereich, beheizt. Die Wärme verteilt sich dann im Haus. Und wir brauchen sozusagen nur dieses eine Gerät, mit dem wir dann das ganze Haus beheizen. Wir bringen praktisch die nötige Energie über diesen Weg rein. Und das Haus hält die Wärme soweit und funktioniert eigentlich seit vier Jahren super. Auch bei tiefen Temperaturen draußen ist also wirklich eine sehr, sehr gute und kostengünstige Lösung. Wir haben damals 3.000 Euro bezahlt. Manche Leute machen es tatsächlich ja noch kostengünstiger. Aber ich finde, dessen angemessenen Preis sind billiger als andere Heizungssysteme. Okay, alles klar. Wie sieht der Vergleich denn jetzt in der Tabelle aus? Links seht ihr den Fall mit der IR-Heizung. Und der Wärmebedarf ist ungefähr die Hälfte des K440-Hauses von dem, was wir eben hatten. Da es ja ein Passivhaus ist, ist es also noch besser. Daher habe ich die Investitionskosten für die Infrarotheizung hier auch halbiert. Wir wollen ja fair sein. Die Investitionskosten bei Martin für die Anlage waren insgesamt, also für Heizung und Warmwasser, waren 6.000 Euro. Wie sehen jetzt die Betriebskosten aus? Martin verbraucht circa 2.000 Kilowattstunden Strom im Jahr weniger als mit einer IR-Heizung. Und das spart dann so circa 375 Euro im Jahr ein, wenn man die 300 Euro an Betriebskosten wirklich noch abzieht. Ich denke, die sind auch geringer, aber wir sind fair. Und das bei sehr ähnlichen Investitionskosten, wenn die nicht sogar bei der Lösung, die er jetzt hat, günstiger ist. Was hier jetzt aber auch noch wichtig ist, was gegen die Infrarotheizung spricht, das sind unsere Stromnetze. Dazu komme ich aber später noch. Oft gemacht wird, dass die Verkäufer sich ein Bauteil aus einem Gesamtsystem herausnehmen, diesen Wirkungsgrad, den besten auf dem Papier, also unter Standardtestbedingungen, dann dem Bauherrn auch verkaufen. Und da redet man ja oft von dieser Arbeitskosten. Das ist ein bisschen das, was wir von diesem Abgasskandal her kennen, oder? Dass man Idealbedingungen auswählt und die dann vielleicht noch ein bisschen durch Besonderheiten schafft, indem man sagt, genau für diese Bedingungen optimieren wir das. Und dann kommen solche Werte raus. Also das ist doch wahrscheinlich klar, wie ich das wiedergeben kann. Diese Studie vom Fraunhofer-Institut ist mega spannend. Und die beiden vergleichen ist ja jetzt hier mit dem Abgasskandal. Und das klingt ja irgendwie nach Betrug. Und jetzt natürlich die Frage, stimmt das? Ist das wirklich irgendwie Betrug, was die Leute da angeben? Also sind die Werte der Hersteller zu hoch? Hier würde ich sagen, jein. Ich erkläre es euch. Also was geben Wärmepumpenhersteller denn eigentlich an und warum tun sie das? Hier mal ein Auszug aus der Panasonic-Wärmepumpe. Das ist keine besondere, sondern einfach komplett random ausgewähltes Wald- und Wiesengerät, würde ich glaube ich sagen. Also ein gutes aber auch. So, jetzt seht ihr zum Beispiel so einen Wert, der hier steht. Da steht jetzt irgendwas von COP 1,79. Und COP, das ist die sogenannte Leistungszahl. Hier würde die Wärmepumpe zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom verbrauchen und 1,79 Kilowattstunden Strom dann ins Haus reinpumpen. Und so funktionieren die auch. Die erzeugen nicht irgendwo Wärme aus dem Nichts, sondern die ziehen die von außen nach innen. So funktioniert es dadurch diese hohen Effizienzen. Quasi eine Effizienz von 179 Prozent sozusagen. Deswegen die 1,79. Und je höher dieser Wert, desto besser. Warum sind jetzt aber noch mehr Werte da angegeben? Na ja, da sind ja noch Temperaturen zu sehen. Also einmal A minus 7 und W 55. Das bedeutet eine Außentemperatur von minus 7 Grad und eine Warmwassertemperatur von 55 Grad. Und ihr seht, je nachdem wie die Außentemperatur und die Warmwassertemperatur ist, schwanken die Werte hier von 533 Prozent Effizienz bis zu 179 Prozent Effizienz. Also ihr seht, dass je nach Außentemperatur und auch je nach Heizverhalten ändert sich der Wirkungsgrad und das schon sehr heftig. Leukefeld sagt jetzt, dass Verkäufer dann zum Beispiel diese 533 beim Verkauf nennen würden. Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ich denke, das hängt vom jeweiligen Verkäufer ab. Falls das aber passiert, wäre das nicht in Ordnung. Denn richtiger wäre die Jahresarbeitszahl oder der sogenannte Scope. Dazu kommen wir jetzt. Was haben denn jetzt die Cops mit dem Jazz zu tun? Okay, dummer Witz, aber egal. Naja, je nachdem wo ihr wohnt und wie ihr heizt, habt ihr natürlich ständig andere Außentemperaturen. Und auch die Innentemperaturen hängen ja von eurem Verhalten und der Heizungseinstellung ab. Also, diese Tabelle mit den Leistungszahlen plus die Luftfeuchtigkeit, die Außentemperatur über das Jahr und euer Heizverhalten, das ergibt die Jahresarbeitszahl. Ihr seht also, das ist eine Funktion von diesen ganzen Werten, die vorher kamen. Und ihr seht auch, dass die für einen speziellen Fall immer ausgerechnet werden muss. So, und da der Hersteller ja nicht weiß, wo du wohnst und wie du heizst und so weiter, kann er das so allgemein in seinem Datenblatt nicht wirklich angeben. Sondern was der Verkäufer euch dann erzählt, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist der Grund, warum keine Jahresarbeitszahl angegeben ist. Ganz einfach, weil es nicht geht. Eine Näherung an die Jahresarbeitszahl ist aber der sogenannte Scope, der Seasonal Coefficient of Performance. Und hier wird jetzt ein beispielhafter Temperaturverlauf für zum Beispiel Westeuropa angenommen. Und das ist natürlich nicht 100% genau, aber es ist am ehesten mit der Jahresarbeitszahl vergleichbar. Wie hoch ist der jetzt zum Beispiel für die eben genannte Panasonic? Hier sind jetzt wieder mehrere angegeben für warmes, für mittleres und für kaltes Klima. Und wenn ich mich richtig entsinne, sind wir hier mittleres Klima. So, also wenn ihr euer Wasser auf 35 Grad erwärmt, zum Beispiel für die Fußbodenheizung reicht das, kommt ihr auf einen Scope von 5,07. Also das ist richtig gut. Geht ihr aber auf 55 Grad runter, dann kommt ihr auf 3,47. Das ist also nicht mehr so hoch. So, und natürlich ist dieser Wert sehr ungenau, weil es natürlich darauf ankommt, wo ihr wohnt und wie ihr heizt. Aber ihr seht, wie es vieles zum Beispiel ausmacht, ob ihr eine Fußbodenheizung habt oder nicht. Denn bei 35 Grad Celsius habt ihr hier über 500% Effizienz und bei 55 Grad nur noch 347%. Dann bleibt natürlich noch die Frage, sind diese Scopes denn von den Herstellern möglicherweise zu hoch? Ja, ich glaube schon, weil für meine Luft-Luft-Wärme-Pumpen habe ich durch relativ schwierige Messungen eine Jahresarbeitszahl von so um die 3,5 bis 4 ermittelt. Ja, der Fehler ist groß, ich weiß, aber so besser konnte ich es nicht messen, aber in dem Bereich wird es liegen. Der Hersteller hat mit 4,6 hier angegeben. Und es gibt auch ein finnisches Institut, welches einige Luft-Luft-Wärme-Pumpen nachgemessen hat. Könnt ihr euch hier anschauen. So, und jetzt nochmal zurück zu dem Paper vom Fraunhofer-Institut. Worum ging es denn dort eigentlich? Sagen die dann jetzt etwa, bitte benutzt keine Wärme-Pumpen mehr, sondern baut euch nur noch Infrarotheizung ein. No! Die machen auf häufige Fehler der Installateure und auch der Heizungsbenutzer aufmerksam. Zum Beispiel eine zu hohe Warmwassertemperatur, die ein echter Killer für die Effizienz ist. Oder irgendwelche Pumpen und so weiter, die ständig in Betrieb waren und hohe Stand-by-Verluste erzeugten. Standen immer noch andere Dinge drin. Genau darum ging es in diesem Paper. Die sagen, sollte künftig auf die umfassende Schulung von Planern und Ausführenden erhöhten Wert gelegt werden. Trotzdem muss ich Leukefeld in einem Punkt absolut recht geben. Die Wärmepumpe ist komplexer und man kann mit schlechten Einstellungen die Effizienz stark vermindern und dann auch unrentabel werden. Auch ein Grund, warum ich zum Beispiel eher auf Luft-Luft-Wärmepumpen gesetzt habe, weil die vom System her einfacher sind. Die werden so geliefert und dann ist es ein geschlossenes System und das passt in der Regel gut zueinander. Wichtig ist aber auch zu wissen, bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, wenn die gut eingestellt sind, dann sind die auch sehr effizient. Also was er ebenfalls nicht gezeigt hat, ist dieses Diagramm in dem Paper. Und hier sehen wir ja die Bandbreite. Also man sieht auch, was möglich ist und wenn es gut eingestellt ist. Also zum Beispiel dann irgendwie 3,3 oder bei Erdwärmen sogar 4,5. Und was noch wichtig zu wissen ist, diese Studie ist von 2017. Also die ist sechs Jahre alt und die Wärmepumpen darin wurden über zwei Jahre gemessen. Also sind die betrachteten Geräte mindestens acht Jahre alt. Vermutlich deutlich älter, da die bestimmt nicht für den Versuch gebaut wurden. Und jetzt die Frage, gibt es neuere Ergebnisse? Die Hersteller versprechen uns eine Jahresarbeitszahl von vier. Also dass man das eine Kilowattstunde Strom, die man reinsteckt, am Ende vier Kilowattstunden Wärme rauskriegt. Das ist das, was erstmal auf dem Papier steht. Und wenn man jetzt an echten Bestandsgebäuden solche Sachen mal nachmisst, und wenn ich es richtig verstanden habe, war es irgendwie Paaren 50, an denen das gemacht worden ist, dann gehen diese Jahresarbeitszahlen runter auf ungefähr zwei. Also ihr seht hier das System, was die gemessen haben oder die verschiedenen. Und was echt spannend war in der Studie, die genannten Leistungszahlen waren ohne Pump- und Warmwasserspeicherverluste. Als die Wissenschaftler, die sie mit einbezogen haben, gingen die Verluste nochmal stark hoch und die Jahresarbeitszahlen noch tiefer in den Keller. Und das ist ja schon spannend. Wobei Leuke Feld das jetzt wirklich total verallgemeinert und das auf alle und heutige Wärmepumpen und so weiter anwendet. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Da übertreibt er ein bisschen. Fragen in den Wissenschaftler, der momentan im Bereich Wärmepumpen promoviert und an der Uni Stuttgart die Wärmepumpenvorlesung hält. Und das ist Johannes Brunner. Also Johannes, stimmt das? Gehen die wirklich von vier auf zwei runter? Und was ist mit der Studie im Allgemeinen? Was ist davon zu halten? Ja, hallo Andreas. Ja, das hat mich auch etwas gewundert. Und deshalb habe ich mir nochmal weitere Veröffentlichungen von den Autoren der Studie genauer angeschaut. Und ich beziehe mich jetzt auf einen Artikel, den sie im Gebäude Energieberater geschrieben haben. Und dort heißt es, dass die Heizleistung der Gebäude nur zwischen 6 und 48 Watt pro Quadratmeter ist. Und das ist sehr wenig. Also die Kollegen haben dort Häuser untersucht, die sehr besondere Häuser sind. Also Häuser mit sehr niedrigem Endenergiebedarf. Und solche Häuser haben zwei wesentliche Eigenschaften. Zum einen ist der Anteil der Energie, die man für die Trinkwarmwassererwärmung braucht, bezogen auf die Gesamtenergie, deutlich größer. Weil die Leute duschen genauso viel wie wir, aber brauchen viel weniger Heizwärme. Also bei einem Durchschnittshaus beträgt der Trinkwarmwasseranteil vielleicht 10 bis 20 Prozent der Gesamtenergie. Und bei einem solchen Haus sind das ein Drittel oder auch deutlich mehr. Und bei Trinkwarmwasser muss man wissen, um den legionellen Schutz zu gewährleisten, muss Trinkwasser regelmäßig auf 65 Grad erwärmt werden. Und das senkt die Effizienz sehr deutlich. Das heißt, der große Anteil der Trinkwarmwassererwärmung in diesen Gebäuden, das hat eine relativ niedrige Effizienz. Okay, super interessant. Und die Ergebnisse vom Fraunhofer-Institut sind ja schon etwas älter. Gibt es da auch aktuellere Ergebnisse? Also es gibt regelmäßig neue Studien über Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, wo große Feldtests dann analysiert werden. Und ich habe jetzt mal eine Veröffentlichung von Fraunhofer-Ise und der Uni Freiburg mitgebracht, die im Juli diesen Jahres rausgekommen sind. Und dort wurden Bestandsmehrfamilienhäuser untersucht. Und die durchschnittlichen Jahresarbeitszahlen, dort lagen zwischen 3,3 für Luftwärmepumpen und 4,1 für Erdreichwärmepumpen. Und das dürften für moderne Wärmepumpen im deutschen Durchschnittsgebäude deutlich realistischere Werte sein, als die, die wir davor gesehen haben. Naja, wir haben ja jetzt schon mal die Ansage bekommen, dass ab nächstes Jahr von der Netzagentur bei Strommangellagen regional als erstes die Wärmepumpen und auch die E-Auto-Ladesäulen gedrosselt werden. Wenn jetzt immer mehr Wärmepumpen eingebaut werden, die schlecht laufen und die Stromlasten dadurch natürlich extrem zunehmen, noch mit E-Autos und allem, was dazu gehört, dann kann es natürlich passieren, dass politisch irgendwann die Entscheidung kommt, es geht nicht mehr. Okay, mit dem Drossel und so kommen wir gleich drauf. Aber fangen wir erstmal an. Es muss wirklich noch viel getan werden, um unser Netz zu ertüchtigen und mit den bevorstehenden Änderungen durch erneuerbare Energien, E-Autos und Wärmepumpen und so weiter klar zu kommen. Konkret geht es darum, dass wir mehr Leitung brauchen, wir brauchen mehr Digitalisierung, also intelligente Netze, wir brauchen dringendst Änderungen am Strommarktdesign und wir brauchen natürlich Batterie- und H2-Ausbau, keine Frage. Und die Lasten intelligent zu steuern, also der Punkt 2, den ich genannt habe, so auch Wärmepumpen oder Heizungen im Allgemeinen. Grundsätzlich will man dahin, dass Wärmepumpen intelligent laufen, also sozusagen mit dem Stromnetz und dem Markt kommunizieren. Und ihr zum Beispiel eher mittags die Dinger laufen lässt, wenn viel erneuerbare Energie da ist. Und dann habt ihr natürlich auch einen günstigeren Preis, das bedeutet, es wird auch am Ende günstiger für euch, wenn ihr so eine intelligente Wärmepumpe dann habt. Und das halte ich persönlich nicht für einen Bug, so wie es oft dargestellt wird, sondern eher für eine Weiterentwicklung, die für eine Absenkung des mittleren Strompreises sorgt und auch die Netze entlastet. Also das hier als irgendwie Fehler darzustellen, finde ich schon nicht cool. Die Strommangellagen, von denen er spricht, die liegen zum jetzigen Zeitpunkt oftmals auch am Strommarktdesign. Also es gibt echt finanzielle Ausanreize, ziemlich unsinnige Dinge zu tun, die unser Stromnetz über Gebühr belasten. Und ein großes Problem ist es zum Beispiel, dass die Netzentgelte nicht abhängig sind von der Entfernung oder dass wir nicht zwei Strompreiszonen haben Nord-Süd. Dazu werde ich auf jeden Fall noch eine gesonderte Folge bringen, weil das Thema super interessant ist und sehr, sehr komplex. Aber halten wir hier jetzt erstmal fest, der Ausbau ist eine Mammutaufgabe und das will ich auch gar nicht schönreden, denn es gibt wirklich noch viel zu tun. Aber die Aussage von Leukefeld irritiert mich schon, weil er selbst ja auf IR-Heizungen setzt und die brauchen einfach mehr Strom als Wärmepumpen. Selbst wenn der Leistungskoeffizient meinetwegen nur 1,5, ist es immer noch 1,5 mal mehr. Und ihr habt ja auch gesehen, dass selbst bei dem ultra-effizienten Passivhaus mit Infrarotheizungen ca. 2000 Kilowattstunden mehr Verbrauch im Jahr auftreten, als es mit einer Wärmepumpe, mit einer einfachen wäre, so einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Und das hat natürlich negative Konsequenzen für unser Stromnetz. In Konsequenz werden die Netze dann stärker belastet und das erhöht natürlich die Netzausbaukosten, die wir alle am Ende gemeinsam tragen müssen und verstärkt all die Probleme, die bereits jetzt schon da sind. Und also der Netzausbau muss halt sein, da werden wir nicht drum herum kommen. Dennoch müssen wir es irgendwie nicht noch schlimmer machen, als es sowieso schon ist. Als Kühlen dominant wird, werden sich die Geräte in Masse durchsetzen, mit PV-Strom in Verbindung und hoffentlich einem anderen Kältemittel als das, was jetzt drin ist, weil das hat ein extremes CO2-Äquivalent. Also ich denke, das werden dann sicherlich auch Geräte sein, wo dann Propan als Kältemittel reinkommt in Zukunft. Ja, hier buzzere ich mal aus Zustimmung, weil ich es geil finde. Das ist ein cooler Punkt. Ich habe Physikprofessor Hundhausen einfach mal gefragt, was es denn mit dem Propan auf sich hat, weil das total spannend ist. Wo ist eigentlich CO2-mäßig der Unterschied zwischen R32, 410 und R290, also Propan? Ja, CO2-Äquivalent muss man sagen. Das sind Treibhausgase und da ist am günstigsten das Propan. Das hat also nur einen Faktor 3 mehr als CO2 bei der gleichen Menge. Das ist also relativ, ich sage mal, harmlos. Bei dem R32 liegen wir so bei 570. Das heißt, ein Kilogramm R32 so viel wie 570 Kilogramm CO2. Entschuldigung. Und damit auch relativ wenig. Also was man einspart, ist in der Tat viel mehr, dadurch, dass man regenerativ heizt. Und 410 hat dann nochmal deutlich mehr. 410 enthält eine Mischung aus zwei Gasen. Das eine ist das R32 und dann eben ein klimawirksames. Und dadurch ist da der Faktor über 2000. Und insgesamt ist es sinnvoll, natürlich auf das Gas zu gehen mit weniger Klimawirkung. Und gegenwärtig ist die günstigste Option tatsächlich das R32. So, und wo ist denn technisch eigentlich der Unterschied zwischen zum Beispiel Propan und R32? Ja, das hängt sehr stark von der Dampfdruckkurve ab, wie die Eignung ist von so einem Klimagas. Und da ist es so, dass R32 einen etwas höheren Druck hat bei der gleichen Temperatur. Also eigentlich funktioniert dann auch, wird also genug Gas transportiert jeweils. Und dass die kritische Temperatur, das gibt so ein bisschen die maximale Temperatur vor, mit der das funktioniert, beim R32 deutlich niedriger ist als beim Propan. Und Propan hat eine höhere kritische Temperatur und ist aus meiner Sicht dann auch für höhere Temperaturen problemlos geeignet. Man muss aber sagen, in nicht so schlechten Häusern funktioniert es aber problemlos auch mit dem R32. Was vielleicht auch nochmal spannend ist, an einem Forschungsprojekt, wo ich aktuell mitarbeite, wird sogar Wasserdampf als Kältemittel verwendet. Also ja, es geht. Und im industriellen Bereich mit hoher Temperatur, muss man dazu sagen, es ist ein bisschen was anderes. Aber auch Wasserdampf ist theoretisch sogar ein Kältemittel. Ich wollte euch einfach nur mal erzählen, weil es interessant ist. Kann ich mir vorstellen, dass in 10, 20 Jahren Fördermittel ausgegeben werden, um Wärmepumpen wieder auszubauen. Und dann auch noch mit Spezialkommandos, also wie heute ein Haus mit Aspest. Wissen Sie genau, wenn Sie da was entsorgen wollen, kommt ein Spezialkommando, oder wird ein komplettes Zelt drüber gebaut, weil natürlich jetzt, bis die schlechten Kältemittel verboten werden, auch noch weiterhin diese üblen Kältemittel eingesetzt werden. Und die müssen ja dann entsorgt werden, und zwar millionenfach. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Fall sind die beiden vielleicht so ein kleines bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber okay, in der jetzigen Diskussion mag das auch mal passieren. Sei es ihnen verziehen, hier ist ja nicht schlimm. Fragen wir mal die KI-Doll-I3, was sie sich unter einem Wärmepumpen-Spezialkommando vorstellt. Das finde ich schon ein bisschen cool. Also ihr seht es hier. Ich blende es jetzt hier immer so ein. Und okay, sind wir wieder ernsthaft? Und ich habe die Frage sogar bei dem BMWK gestellt, also denen hier einfach geschickt und gefragt, ob solche Pläne existieren. Und die haben mega schnell geantwortet und dann auch noch so ernsthaft. Also mir hätte auch ein, Herr Schmitz, wollen Sie mich total verarschen, Geld. Das hätte ich auch völlig gelten lassen. Aber egal, was steht jetzt drin? Die planen gar keine Förderung für Wärmepumpen, aber eine für effiziente Gebäude. Wenn in so einem Gebäude dann eine Wärmepumpe eingebaut sein sollte, wird ab 2028 auch nur dann gefördert, wenn diese ein natürliches Kältemittel wie Propan enthält. Also auch das ist interessant. Und sie sagten auch, Spezialkommandos und Zelte sind grob irreführend. Ich denke, das ist klar. Unterm Strich heißt es aber, die haben die Kältemittel schon auf dem Schirm. Und für mich klingt das eigentlich auch nach einem relativ sinnvollen Plan. Und ich sage es nochmal, die entweichen in aller Regel auch nicht einfach in die Atmosphäre zu 100 Prozent, sondern die werden entsorgt, wenn die Klimaanlage oder die Wärmepumpe dann am Ende ihrer Lebensdauer ist. Aber ein gewisser Teil entweicht schon, da natürlich nichts 100 Prozent dicht ist. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr sinnvoller Plan, das Kältemittel da auch zu ersetzen. Aber vielleicht sind wir zufällig an einer Infrarotheizungsfirma beteiligt, oder? Nein, nein. Nein, das zwar nicht, aber es gibt zumindest ein paar interessante Sachen, die ich in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert finde. Seht euch das hier mal an. Das ist ein YouTube-Video von Leukefeld und Rabi. Und Herr Rabi ist der Chef der Firma Easy Term. Und die verkaufen oder produzieren Infrarotheizungen. Und dieses Video hat den Titel, Was macht Easy Term zur Heizung der Zukunft? Ein Interview mit Timo Leukefeld und Günther Rabi. Rabi ist auch Vorsitzender der IG Infrarot Austria. Und seine Firma Easy Term ist auch Mitglied der deutschen IG Infrarot. Und diese beiden Vereine sind Vereine, dessen Mitglieder zum Großteil aus Infrarot-Herstellern bestehen und Leukefeld. Das muss natürlich alles nichts Schlimmes bedeuten. Und es ist durchaus denkbar, dass sie einfach alle nur gute Freunde sind und sich da gegenseitig emotional supporten. Dennoch finde ich, dass jemand, der sich so stark für Infrarot-Heizungen einsetzt, offensichtlich eine doch sehr freundschaftliche Verbindung zu dem Chef eines Infrarot-Herstellers hat und auch Mitglied in einem Verein ist, dessen Mitglieder hauptsächlich aus Infrarot-Unternehmen besteht. Das finde ich schon erwähnenswert. Aber es ist auch positiv erwähnenswert und das sollte man auch sagen, dass er den deutschen Solarpreis 2001 gewonnen hat und auch wirklich tolle Projekte im Bereich der Autarkie vorangebracht hat. Und das fand ich ziemlich cool. Also das habe ich mir auch gerne angesehen. Das sind auch schöne Projekte, also wirklich auch sehenswert. Auch fand ich die Frage total spannend, wie wichtig ist Heizen eigentlich in gut gedämmten Häusern überhaupt noch? Und lohnt sich der Einsatz einer relativ teuren Wärmepumpe dort? Das fand ich wirklich cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Dafür ein Dankeschön. Und ich fand, das war eine sehr interessante Folge auch. Wie gesagt, gegen Ende hin fand ich, wurde die ein bisschen emotional, sage ich mal. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber dennoch sehr interessant. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel all der Heizung bringen konnte mit dieser Folge und sage bis dahin, ciao, auf Wiedersehen.